da haben wir was wo ist er da drin ist aber ich komme nicht rein so eine scheiße irgendwie da jetzt ich lasse mich noch nicht verarschen so schnauze junge das ist eine geburt da reinkommen aber wir sind drin okay war kein bug weiß der schirch war kein bug aber die hauptmission ist definitiv verpackt dummerweise die hauptmission kann es nicht eine nebenmission sein das wäre mir wurscht aber die hauptmission oh was ist das denn wow das sieht ja echt sexy aus wir gehen nicht mehr dorthin okay jetzt habe ich eine andere mission anscheinend aktiviert schauen wir mal ja ja wir kriegen die nächste beruhigen sie die armen seelen in der stadt sehr schwierig sehr schwierig soll es sein naja wir haben nunmehr sehr schwierige dingster bringen geben sie ja sie den säbel zurück das haben wir noch nicht gemacht ja dann machen wir doch das schauen wir auf die karte das ist aber schweiz ich schaue mir hier nur kurz um so wie es ausschaut gibt es hier nichts gut dann haben wir wieder ab wir haben das ball hier beruhigt so wo ist mein buggy da drüben okay das heißt möglichst sachte da runter kommen da gehen wir gleich so rüber ja leute läuft 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 zumindest das läuft so jetzt müssen wir darauf und da ist mein buggy buggy mein geliebter buggy so buggy komm zu papa einen kilometer in die richtung schauen wir schnell wie kommen wir da am besten hin nach hinten baggy 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 nach hinten und dann links es gibt schön punkte jawohl der kann uns mal ich will nicht handeln aber danke für das angebot so ich fahr da jetzt mal hier woher hier entlang den hässlichen da ich glaube ich habe festgefahren es geht hinter mir ist so ein arsch ja ich steige aus und macht es anders oh nein scheiße das ist nicht gut ach du bist das ich dachte der andere da diese selbstmörder ja die können ruhig kommen das ist nicht so schlimm ich schnappe mein buggy und mache hier eine party eine death party hinter mir ist wieder sein wow du hast ja nicht meinen kopf so hässlich bist du oh ich bin ja auch nicht am Piss übertreiben wir es nicht ein bisschen ha ihr säcke es ist wie wenn sie es nicht erwarten können dass sie sterben so loot parties hier habe ich gehört so und ich sage buggy 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 macht laune da werden wir uns jetzt punkte holen hier wo sind die bin ich blind da ist noch einer boom das macht schon laune mit dem buggy auf jeden fall so du willst das also wissen ja ach kommt jetzt haben die Pisser mich sogar erwischt diese kleinen Arschlöcher hey die werde ich jeden einzelnen jetzt köpfen von diesen Wichsern oh die kosten mal wieder Punkte solche Lappen oder haben wir gar keine Punkte verloren geil vielleicht wenn wir lange genug am Leben waren 22.670 Punkte haben wir was ist mit dir handeln Baseballer nö du nö aber den Söldner nehme ich so Bogenbräu nö das das kann man nehmen das kann man nehmen das kann man nehmen das 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 so ein paar Sachen kann man hier mitnehmen sage ich mal Pferde nehme ich auch immer kein freier Slot der dann halt nicht Medipex sowas braucht man immer Schrauben kann man auch brauchen Stahlbolzen da sind wir dabei Plastik Metallteile Blablabla alles klar so ein Buggy habe ich jetzt nicht wo ist er 169 in die Richtung ok gut ja ich würde sagen Buggy Party oder Leute sind wir gleich da soll jetzt nicht wirklich das Problem sein gleich sind wir beim Buggy oh Specky ok dann müssen wir das jetzt anders lösen wow oh Gott ja das war klar dass der mich jetzt so blöd trifft hier ja Leute also ich muss sagen ich weiß diese scheiß Ausweichtaste nicht ich muss ins Menü das geht so nicht wenn ich die Taste nicht weiß so kann ich nicht spielen wie ist diese blöde Ausweichtaste steht nicht da überlebenssinn ne das brauchen wir nicht Wurf Zielen umschalten Zielen reparieren angreifen umschauen ne hm gibt es überhaupt eine Ausweichtaste irgendwer hat mir das mal gesagt also beziehungsweise ich habe es gesehen in einem Video aber ich sehe hier nirgends eine Taste für Ausweichen die finde ich einfach nicht ja mit dem Buggy hat das jetzt auch nicht wirklich was zu tun und neben dem Schlagen Steuerungstaste aha ja aber dann fight man halt so mit ihm ist ja kein Problem oh mein Buggy du Schwein dafür bist du jetzt aber echt tot du Ratte lass mal ein Buggy in Ruhe ey so ein Wichser mein Arm im Buggy ja das ist mir egal das ist nicht so schlimm wenn er sich so normal trifft und wir haben ihn ja wir lassen uns nur von so einem Fopperkopf hier nicht verarschen Leute meine wer sind wir denn ne wir sind Kyle Crane und ich hier sein Spielbaron das war für meinen Buggy du Arsch oh der oh hat schon noch Benzin das passt schon so wir gehen dann farmen irgendwo waren hoffen waren die da hinten wo waren das hier glaube ich ich sehe hier nix oh das sind Punkte warte mal Leute jetzt geh ins Menü schauen wir wie viele Punkte wir haben und wenn ich fertig bin 24.750 party time let's go das macht Spaß la 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 der Buggy der macht Spaß ich geb Gas ich geb Gas ich jag die Opels vor mir her das war maude Leute das rentiert sich ja richtig gerade aber ich krieg keine Geschwindigkeit zusammen weil eben hier so viele Opfer sind ja weil mein Motor kaputt ist der Arsch hat mir meinen Buggy kaputt gemacht darum geht nix na gut dann räumen wir hier schnell auf und dann reparieren wir die Karre so kann ich nicht fahren Leute seht ihr da geht nix weiter ich kann aber auch nicht reparieren weil ich hier umzingelt bin oh ne nicht der boom hat's gemacht Junge boom alter das muss Punkte geben ohne Scheiß aber ich muss noch nicht reparieren so kann man nicht fahren wieso kriege ich hier nur Damage hey jetzt reicht's mir aber komm her du komm hau ab du Aache was glaubt ihr was ihr hier macht ihr hässlichen Pissbacken du so wenigstens ist Pause hier so jetzt müssen wir den reparieren ja der Motor ist halt im Arsch Schrauben hätte ich genug aber die Frage ist halt ob es aushält so wir machen hier weiter scheiße gelaufen du Pisser oh der schon wieder so dann werden wir jetzt weitermachen hier mit der Buggy Party das muss Punkte geben Leute ohne Scheiß das ist jetzt Punktejagd was wir hier machen das macht auch richtig Laune so jetzt sind sie ein bisschen angeekelt elektrisiert oh Scheiße wo kommst du her den Fetten hab ich nicht gesehen mit dem legen wir jetzt nicht hin das ist nicht so gut jawoll Jungs ihr kriegt das was ihr verdient nämlich haue die kriegen echt was aufs Maul so jetzt müssen wir mal kurz mal weg da ist so ein Chiai Paket das könnte man uns auch holen oder zumindest sieht es danach aus oh die kriegen ziemlich auf den Latz hier oh den Fetten nicht den Fetten nicht jawoll Leute Buggy Action nennen wir die Folge das macht Laune Alter ich schwör solche das ist so geil ich könnte das den ganzen Tag machen ich bin seitdem über 3M aber das ist geil nur diesen Fetten da den möchte ich jetzt den können wir auch machen oh Scheiße gut mit dem Elektroscheiß können wir den auch ein bisschen anfisten na du lebst noch oder wie jetzt nimm mal ich hab schon wieder Pissbacken hinter mir hau mal ab boom du Vollpfosten-Duell so jetzt wenn ich mal Zeit habe dann schauen wir sich die Punkte an was wir da haben das dürften nämlich wirklich ein paar sein oh leider vorbeigefahren oh da gibt es noch was oh ne 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 das war nicht so gut aber der Rest war in Ordnung was wir gemacht haben oh da ist ja auch noch was oh Baum wollen wir mal weg hier Hau ab oh ich elektrisiere ich tue alle boah das macht ja richtig Laune so jetzt fahr ich wohin und dann schauen wir mal wie viele Punkte wir haben so hier ist Ruhe außer einen Scheißer da ist kein Problem komm ohne Kopf einfach gerade ausreden so dann gehen wir ins Menü und schauen ich glaube 22.000 26.27 ja warte mal bin ich ein Trottel mit dem Buggy kriege ich ja Buggy Punkte ok 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 ich dachte wenn wir das hier machen dann kriege ich nämlich hier die Punkte also das heißt ich müsste es händisch machen ja dann ist es am besten man nimmt sich irgendeine Waffe aber ok was haben wir denn hier Flammenwerfer oh 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 ja der macht aber Spaß ok das ist keine Frage da braucht man immer schauen Leute ist schon klar was wir da kaufen jetzt ne das ist überhaupt keine Frage gell so das Problem ist nur ich habe nur nicht so viele Slots frei dann nehmen wir hier den Flammenwerfer oh hoppala tschuldigung das probieren wir jetzt aus geil oh power up oh tschüss ich kann mal spielen ne aber es gibt Buggy Punkte jetzt ist man auch recht so dann fahren wir da drüben auf die Nachbarswiese sozusagen oh da ist der Dicke da wisst ihr was ich glaube der steht einfach nur da das ist von dieser Anomalie ne alter wir kriegen hier Punkte wie sau das rentiert sich auf jeden Fall hier ich glaube das tut dem Buggy auch jetzt nicht so unbedingt auf was wenn man da nicht überall anfährt sondern nur die Zombies umfährt bin mir zwar nicht sicher aber ich glaube es gibt auch Punkte oh hoppala Mauer volltreffer auf die Neuen die kriegen hier hau ab da jetzt weiß ich auch das wenn man Steuerungstaste drückt jetzt komme ich schon besser klar mit dem Buggy oh hoppala hoppala das ist aber geflogen also wenn man Steuerungstaste drückt dann kann man die wieder abschütteln so jetzt müssen wir mal schnell abhauen hier und erneuter Angriff wir machen wieder mal einen Cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen Kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten Mal euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe Tschüss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal